Die Bundesliga-Saison 23-24 ist beendet und genauso wie es jedes Jahr von mir vor der Saison eine Prognose gibt, welches Team auf welchem Platz landen wird, gibt es natürlich auch nach Ablauf der Saison meine Reaction darauf, um zu schauen wie gut bzw. vor allem wie schlecht ich damit gelegen habe. Dazu würde ich sagen, wir gehen direkt mal rein in die Reaction, ich stelle die Wiedergabegeschwindigkeit hoch auf 1,5 Mal und am Ende rechne ich auch zusammen, wie weit ich jeweils bei den Teams entfernt war von der Platzierung in der Realität und wie ich sie prognostizieren kann. Also erstmal, bevor wir reingehen, auf dem Thumbnail sieht es schon mal echt schlecht aus. Natürlich ist das auch ein bisschen Clickbait mit Union auf 1, Bremen auf 15 und Hoffenheim auf 17, aber die Tendenz ist dann glaube ich schon so in meiner Prognose. Generell ist mein Gefühl nicht das allerbeste, was diese Saison angeht. Klar, Stuttgart und Union, die hat aber fast jeder falsch, weil das einfach so überraschend kam. Aber vor allem auch im Mittelfeld habe ich echt kein gutes Gefühl, gerade was so Teams wie Wolfsburg, Gladbach, wie gesagt auch Bremen oder Hoffenheim angeht. Dazu fangen wir wie gewohnt an von hinten nach vorne und auf Platz 18 habe ich direkt mal einen Aufsteiger mit dem SV Darmstadt. Perfekt, direkt mal mit Darmstadt. Ja, war eigentlich auch relativ offensichtlich, dass die wahrscheinlich absteigen. Viele hatten auch Heidenheim ganz hinten. Stimmt, da habe ich glaube ich einen ganz guten Call, weiß nicht wann die kommen. Aber Darmstadt war für mich eigentlich klar, ich werde es jetzt wahrscheinlich hier auch noch ausführen. Zum einen ist man letzte Saison zum Ende hin ein wenig eingebrochen und wurde trotz sicher geglaubter Meisterschaft letztendlich nur Zweiter. Zum anderen hat sich, wie ich finde, der Kader im Vergleich zur letzten Saison tatsächlich auch verschlechtert. Tietz und Pfeiffer sind nämlich weg und die Neuzugänge haben mit Klara, Hornbüh, Müller, Nürnberger und Maklika nur bedingt Erstliganiveau. Trotz dem mutigen Spielstil von Lieberknecht, den ich als Trainer schätze, wird es einfach nicht auf Dauer in der ersten Liga erreichen mit den zur Verfügung stehenden Spielern. Ja, eigentlich ganz gut getroffen. Es hat einfach qualitativ nicht gereicht. Ich würde da auch Lieberknecht nicht unbedingt in die Verantwortung nehmen. Bleibt ja auch Trainer. Das war einfach vom Kader her viel zu wenig und deshalb ist man komplett verdient als letzter abgestiegen. Als zweiten direkten Absteiger habe ich dann auf Platz 17 den VfL Bochum. Es tut mir leid, liebe Bochum, die letzten zwei Jahre habe ich euch gebackt und den Klassenerhalt getippt, obwohl er jeweils als Absteiger Nummer 1 oder 2 von der breiten Masse angesehen wurde. Dieses Mal mache ich es tatsächlich genau umgekehrt. Transfertechnisch hat man niemand wirklich wichtigen abgegeben und mit den Transfers eigentlich auch gut nachgelegt. Mit Wittek, Berro, Daschner, Bernardo und Passlack. Dennoch sehe ich damit eher den Status Quo abgesichert wie eine krasse Verbesserung, was grundsätzlich eigentlich gut wäre in Anbetracht der Aufsteiger. Trotzdessen habe ich einfach kein gutes Gefühl beim VfL. Auch mit der Systemumstellung muss man jetzt mal schauen mit der Fünferkette und ja. Ja, gab es eigentlich keine Umstellung. Letch hat dann trotzdem weiter mit der Viererkette gespielt, wurde ja dann später auch entlassen. Hab sie auch 17. Mal schauen, was dann wirklich passiert. Ja, wirklich passiert. Platz 16 spielen jetzt noch Relegation, aber unabhängig davon, wie das ausgeht, eigentlich ein solider Tipp und ein Tabellenplatzunterschied zwischen Tipp und Realität. Platz 16 bedeutet Relegation und da kommt bei mir tatsächlich schon Werder Bremen. Das kommt jetzt... Ja, ich habe es schon erwartet, ja. Das ist vielleicht sehr überraschend, aber unabhängig vom Pokal aus sehe ich da echt Potenzial, dass sie tief unten reinrutschen und sich dann über die Relegation retten. Zum einen ist es das besagte zweite Jahr in der Liga. Generell habe ich das Gefühl, dass man bei den Verantwortlichen irgendwie in Richtung Europa schielt, während die Fans... Ja, hat man ja auch fast erreicht. ...die Lage durchaus realistischer einschätzen. Exemplarisch dafür ist der Transfer von Nabi Keita, den ich grundsätzlich feiere aus neutraler Sicht. Aber ein Top-Gehalt für so einen verletzungsanfälligen Spieler zu zahlen, ist halt einfach zu riskant für ein Team, das ich erstmal wieder in der Liga etablieren muss. Also Nabi Keita-Transfer zu kritisieren ist, glaube ich, ein ganz guter Take, aber die Platzierung von Bremen halt überhaupt nicht im Endeffekt. Dienentransfer ist wichtig und auch, dass man Duxch und Füllgrug halten konnte, lässt den Kader und die A... Füllgrug konnte man nicht halten, ging am letzten oder vorletzten Transfer-Tag. ...bei der Verantwortlichen grundsätzlich in einem guten Licht dastehen. Da hingegen ist man aber in der Rückrundentabelle letzte Saison schon vorletzter, punktgleich mit Hertha gewesen und hat generell mit Problemen in der Defensive zu kämpfen, wobei auch Trainer Ole Werner immer mehr in der Kritik steht. Im Endeffekt ganze sieben Plätze Unterschied bei Bremen, das ist katastrophal. Man kann natürlich sagen, es war sehr eng im Mittelfeld und sie waren ja auch lange unten dabei, hatten immer mal wieder gute, dann schlechte Phasen. Aber am Ende muss ich es trotzdem auf meine Kappe nehmen, dass das schon ein schlechter Take war. Gehen wir einen Platz weiter und da habe ich tatsächlich den FC Augsburg. Augsburg war auf 11. Ja, mal schauen, was ich sage, weil die hatten ja auch noch Enrico Maaßen am Anfang. 15 ist, glaube ich, ehrlich, deren Lieblingsplatzierung. Die halten immer die Klasse, aber immer irgendwie so knapp wie möglich und auch ohne Relegation. Und daher tippe ich es einfach wieder. Vom Kader her sind sie diese Saison sogar deutlich besser. Ja, das sag ich's. ... sich immer mehr etabliert und konnten Neuzugänge wie Breithaupt, Okugawa, Tietz, Michel, Pfeiffer und Damen zu sich lotsen. Qualitativ sollten sie eher wenig mit dem Abstieg zu tun haben, aber die angekündigte spielerische Weiterentwicklung unter Trainer Maaßen bleibt weiterhin aus, trotz immer mal wieder teilweise überzeugenden Spielen. Exemplarisch dafür ist, wie ich finde, die Entscheidung, Engels als Rechtsverteidiger zu spielen, was man an sich durchaus machen kann, aber dann musst du ihn auch dementsprechend einsetzen mit seiner Spielstärke und nicht weiter defensiv und mit langen Bällen spielen. Daher wird es, denke ich, erneut schwer für sie, aber sie werden, denke ich mal, wieder die Klasse halten. Also an sich habe ich es eigentlich ganz gut gesagt, dass sie eben einen Kader haben, der schon weiter oben mitspielen müsste, aber mit Maaßen halt keinen idealen Trainer. Sie haben dann halt eben extrem schnell reagiert, war glaube ich die erste Trainerentlassung, dementsprechend hat dann Torrup übernommen und sie stark stabilisiert. Hätte ich das gewusst, dass man so schnell den Trainer wechselt, beziehungsweise wäre Torrup von Anfang an da gewesen, dann hätte ich sie wahrscheinlich auch höher getippt. So ist es am Ende eine Differenz von vier Plätzen. Auf Platz 14, einige werden sie wahrscheinlich schon vermisst haben, denn im Gegensatz zu vielen anderen sehe ich Heidenheim überhaupt nicht als sicheren Absteiger. Gerade im Vergleich zu Darmstadt hat man grundsätzlich ein viel besseres Grundgerüst. Mit Streich und Fischer haben wir vor allem letzte, aber auch die Saisons davor gesehen, wie wichtig eine gewisse Kontinuität auf dem Trainerstuhl ist. Und die gibt es in Heidenheim hoch 10 mit ebenfalls lange im Verein weilenden Eckpfeilern der Mannschaft. Neben diesem Grundgerüst konnte man auch alle Leistungsträger halten, vor allem Beste und Kleindienst sind hier natürlich hervorzuheben. Zudem wurde der Kader gut ergänzt mit Pieringer, Dingchi, Gimba, Dobedan und Traore. Ja, sehr gute Calls. Abstiegskampf stecken, aber sich meiner Ansicht nach drin halten können. Ja, eigentlich perfekt gesagt und ich meine, die hat doch fast jeder als Absteiger getippt. Daher war Platz 14 eigentlich echt ein guter Take, aber am Ende sind sie halt Achter. Also halt tatsächlich trotzdem sechs Plätze besser, wie ich sie getippt habe und das ist halt schon eine krasse Leistung, die ich so nicht erwartet hätte. Auch wenn mir tatsächlich klar war, dass sie auf jeden Fall nicht absteigen werden. Aber gut, machen wir weiter. Auf Platz 13 kommt auch, denke ich mal, so ein bisschen überraschend die TSG Hoffenheim, auch wenn es da in die andere Richtung überraschend kommt. Denn die Transfers waren sehr stark mit Soloi, Wechhorst, Grilic und auch Bülter und Justwan sind kluge Verstärkungen. Dennoch schmerzt zum einen der Abgang von Baumgartner, der wie ich finde, deren bester und wichtigster Spieler der Vorsaison war. Und auch ansonsten hat der Kader definitiv seine Schwachstellen mit einem Brooks, Vogt oder der linken Schiene, die von Spielern besetzt wird, die eigentlich andere Positionen spielen bzw. gelernt haben. Das größte Problem sitzt aber meiner Ansicht nach auf der Bank, denn Matarazzo hat sie nur durch deren individuelle Qualität... Und der führt sie nach Europa, Mann! ...ringgehalten, ohne einen herausragenden Punkteschnitt vorzuweisen und ich glaube, im Verein selbst ist man auch nicht mal hundertprozentig von ihm überzeugt. Der Saisonausgang wird also maßgeblich von seinem Nachfolger entschieden. Ja, gab keinen Nachfolger, perfekt! Gehe ich mich jetzt schon mal fest, dass er entlassen wird. Ja, gut festgelegt, Steig! Mir wird es dann eben Platz 13. Ich hätte sie auch gerne irgendwie auf den Relegationsplatz getippt, aber dafür waren dann die Transfers einfach zu stark. Ja, hätte ich gerne gemacht. Am Ende kommen sie nach Europa, wahrscheinlich sogar Europa-Liga auf Platz 7. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich haben sie überhaupt nicht überzeugt, hatten eine der schlechtesten Defensiven der Liga, kommen trotzdem nach Europa mit einem geilen Doppelsturm aus Wechost und Bayer, aber am Ende habe ich mich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt mit Matarazzo, auch wenn ich ihn immer noch keinen guten Trainer finde. Also auch hier sechs Plätze Unterschied, ich sehe schon, das geht in eine komplett falsche Richtung. Machen wir einfach weiter. Auf Platz 12 kommt dann tatsächlich das dritte Team aus Baden-Württemberg in Folge, und zwar ist es der VfB-Stifter, denn Hoeneß hat so... VfB, aber gut, ja, hören wir mal rein. ...wohl spielerisch als auch punktetechnisch direkt für Verbesserungen gesorgt und wird daran auch anknüpfen können in der neuen Saison mit einem Kader, bei dem Stand jetzt sowohl Sosa als auch Mafropanus noch da sind und... Beide weg. ...und mit einigen sehr klugen Transfers in Qualität und... Endo auch weg. ...breite aufgewertet wurde und vor allem auch flexibler gemacht wurde. Xiong, Lebeling, Undaf und Nübel sind unter anderem echt starke Neuzugänge. Sie sollten also nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, offensichtlich. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, aber dank Hoeneß sehe ich sie auf einem guten Weg, um da dann auch einen Platz im Mittelfeld zu holen. Und ich glaube mal, ohne Abstiegskampf wäre man in Stuttgart definitiv schon zufrieden. Oder mit Champions League. Oder mit Vizemeisterschaft noch besser. Letztendlich haben sie alle überrascht. Platz 12 ist, glaube ich, ja... Platz 12 ist, glaube ich, in Anbetracht dessen, wie stark sie überrascht haben, gar nicht mal so schlecht. Viele hatten die auch noch weiter unten, eher im Abstiegskampf. Viele auch nicht, hatten sie schon auch im Mittelfeld, aber ich kann mit Platz 12 ehrlich gesagt leben. Auch wenn es am Ende 10 Plätze Unterschied zwischen Prediction und Realität sind. Auf Platz 11 kommt bei mir der 1. FC Köln, den... Oh, Köln hat auch noch gefehlt und ich habe die so weit oben. FC sehe ich nämlich komplett im gesicherten Mittelfeld und kann auch... Ja, geil, man. ...ehrlich gesagt nicht verstehen, wie sie manche im Abstiegskampf verorten, klar... Ja, kann man nicht verstehen, dass man die im Abstiegskampf verortet. Wahrscheinlich. ...haben sie viel Qualität verloren mit Skiri und Hector und auch einen Führungsspieler mit Horn. Zeitgleich sehe ich die Neuzugänge allesamt sehr preiswert und dennoch auch gut mit Waldschmidt, Christensen, Carstensen, Penke und Pakarada. Ich glaube, keiner davon hat wirklich überzeugt. Grundsätzlich traue ich ihnen in einer Saison mit Baumgart und ohne Dreifachbelastung sogar einen einstelligen Tabellenplatz zu, aber... Wahrscheinlich. Mann. Die Teams aus der Top 10 sind einfach stärker einzuordnen, wie ich finde, und zu denen kommen wir jetzt auch. Ja, Köln komplett daneben. Ich... Ey, Mann. Köln hatte ich nicht mal mehr auf dem Schirm. Es wird immer schlimmer mit der Prognose. Und genau auf Platz 10 kommt bei mir die Eintracht aus Frankfurt. Oh, nee, Mann! Das habe ich auch komplett vergessen, dass ich Frankfurt so schlecht hatte. Oh, Mann. ...hat die Abgänge von Sou, Kamada und Endika zu verkraften nach der schwachen Rückrunde, wonach man sich ja von Glasner getrennt hat. Transfertechnisch hat man, abgesehen vom Finanziellen, einen überragenden Job geleistet mit den Neuzugängen Skiri, Larson, Koch, Pacho, Mamouche und N'Gankam. Ja, das stimmt schon. Außer N'Gankam. ...messer Kader muss eigentlich zwangsläufig in der Top 6 landen, gera... Ja, ist er auch. Gerade wenn Kolumuani bleibt. Dennoch habe ich... Nee, wurde aber letztendlich gut ersetzt mit Ekitiki. Ich persönlich steige Bedenken bei der Trainerbesetzung mit Dino Topmüller. Ich glaube... Eigentlich auch zu Recht. Aber gut, am Ende wurde es halt trotzdem Platz 6. Aber wirklich überzeugt hat man nicht. Wäre die Konkurrenz stärker gewesen, wäre das, glaube ich, gar nicht mal so ein schlechter Take gewesen mit Platz 10. Ich glaube, er wird definitiv Zeit brauchen, um seine Ideen umzusetzen. Und das kann auch funktionieren. Aber wie gesagt, nicht sofort, weshalb ich die Eintracht nicht ganz so weit vorne sehe. Aber vielleicht kann man ja dann in der Conference League was reißen und sich so für die Europa League qualifizieren. Nee, Conference League konnte man absolut nichts reißen. Rausgeflogen gegen Saint-Gilrois. Und in der Liga wurde man dann im Endeffekt Sechster. Aber ich finde, meine Einschätzung war gar nicht mal so schlecht, dass Topmüller Zeit braucht, dass die Transfers an sich gut sind. Nur die Platzierung ist im Endeffekt halt nicht optimal, weil die Konkurrenz auch ziemlich schwach war. Also auch hier vier Plätze Unterschied, immerhin mal wieder ein bisschen weniger wie zuvor. Auf Platz 9 kommt bei mir dann schon der VfL Wolfsburg. Da geht es in die zweite Kovac-Saison, wofür der Kader auch weiter und gut an ihn angepasst wurde, mit einigen Top-Neuzugängen wie Mehle, Cerny, Cesiger, Jens, Rogerio und Diago Tomas. Ich sehe den Kader trotzdem nicht optimal, weiß nicht, ob die Außenverteidigerprofile die richtigen für das System sind. Und an der Stelle wollte ich eigentlich auch sagen, dass das Mittelfeld nicht allzu gut besetzt ist nach dem Abgang von Felixen Metzscher. Aber genau jetzt hat man einfach Lovro Maillère verpflichtet, der auf jeden Fall ein Top-Neuzugang ist. Dennoch kommt mir bei Wolfsburg auch der Abgang von Van de Veen zu kurz, der schon einer der wichtigsten Spieler war und fast jede Sekunde gespielt hat letztes Jahr. Ja, hat jetzt auch bei Tottenham stark performt. Europa ist definitiv drin, aber zwischen Platz 9 und 6, vielleicht auch noch Platz 10 und 6 mit Frankfurt, sehe ich die Teams einfach verdammt eng beieinander. Ja, im Endeffekt war Wolfsburg zwölfter, Kovac ist weg, lange sah es noch schlechter aus, dass man um den Abstieg mitspielt. Am Ende Platz 12, somit nur drei Plätze Unterschied, geht eigentlich sogar noch echt klar, weil viele haben die Vordersaison, glaube ich, auch international gesehen. Von daher kann ich damit eigentlich ganz gut leben. Und in diesem Bereich geht es auch weiter mit Borussia Mönchengladbach auf Platz 8. Oh nee! Zunächst sah es ja sehr dunkel für sie aus, wenn Sebaini, Thüram und Hofmann weg, somit der Großteil der Tore der Vorsaison, neben Stindl, dessen Führungsspielerqualitäten nun in Karlsruhe zur Geltung kommen. Da dachte man zunächst einmal schon, okay, jetzt wird es hart und man hat eher in Richtung Abstiegskampf geschielt, bezüglich einer Prognose. Aber Roland Wirkus hat zum einen einen kompetenten Trainer mit Seohane eingestellt und... Naja... ...und zum anderen überragende Arbeit auf dem Transfermarkt geleistet, gemessen an den Möglichkeiten, mit Neuzugängen wie Chwanchara, Onora oder Wöber. Taktisch flexibel wird man vor allem fußballerisch viel Spaß machen und sich ebenfalls im Dunst... Viel Spaß machen! Okay... ...Dunstkreis um Europa vorfinden. Dunstkreis Europa. 14. Da wurde man am Ende. Somit erneut 6 Plätze Unterschied. Eigentlich habe ich sie ja sogar gut begonnen, dass ich sie nach den Abgängen im Abstiegskampf gesehen hätte. Und nur aufgrund der Transfers, die sie gemacht haben, habe ich sie viel zu weit oben gesehen. Was im Nachhinein ein absoluter Fehler war. Ich glaube, da läuft im Verein an sich so vieles falsch, dass man es gar nicht unbedingt am Trainer oder Kader festmachen kann, den sportlichen Misserfolg. Deshalb werden sie auch in meiner Prognose zur kommenden Saison, denke ich, viel tiefer platziert werden, um das schon mal vorwegzunehmen. Auf Platz 7 kommt bei mir tatsächlich der FSV Mainz 05. Nee, Mainz hat auch noch gefehlt! Mann! Unter Svensson wurden sie 8er, letztes Jahr 9er. Dieses Jahr würde es für Europa reichen, laut meiner Prediction, da man den Kader weit im Endeffekt an den Svensson-Fußball angepasst hat, mit Graus und Vandenberg. Ja, perfekt an Svensson angepasst, deswegen hat es überhaupt nicht funktioniert. Und er wurde entlassen. Von Martin keinen Stammspieler verloren hat und in die erste volle Saison mit Ashoek vorne drin als Zielspieler geht. Ja, Ashoek hat richtig abgerissen, Kappa. Darauf bin ich jedenfalls sehr gespannt und traue den Mainzern die Überraschung zu, sich gegen die finanzsteigen und besseren Kader von den Frankfurts, Wolfsburgs oder Gladbachs durchzusetzen, da sie auch einen eingespielten Kern haben, der direkt zum Anfang punkten wird. Auf... Nee, eher im Gegenteil. Am Anfang überhaupt nicht gepunktet und hintenaufs dann mit Bo Henriksson schon. Das Ding ist, nach erwarteten Punkten wäre Mainz letztendlich sogar 6. geworden in der Bundesliga. Also eigentlich hat man schon so performt, dass meine Prognose hingehauen hätte. So sind es halt wieder mal 6 Punkte Unterschied, wie so oft. Auf Platz 6 kommt bei mir dann der Sportklub aus Freiburg. Die sehen einige dieses Jahr vielleicht nicht unbedingt in der Top 6, da man vor allem in der Kaderbreite einige Spieler abgegeben hat und da größtenteils auf den eigenen Nachwuchs oder die Spieler aus der zweiten Mannschaft bauen wird. Das wird vor allem bei einigen Verletzungen problematisch, aber wenn der Großteil der... Ja, und die gab es auch vor allem in der Defensive. Ich meine, Gintor und Lienhardt waren fast die halbe Saison raus und dann ist es halt einfach schwierig. Wenn die Mannschaft fit bleibt, also von der ersten Mannschaft, dann hat man da einfach eine gut eingespielte Einheit mit viel Qualität, die das Zeug zur Top 6 hat. Denn wenn man mal schaut, so waren die 6 besten Teams der Liga, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge, in den beiden Vorjahren genau dieselben und wären es auch ein drittes Mal in Folge, laut meiner Prognose. Wenngleich ich hier natürlich auch ein bisschen befangen bin als Freiburg-Fan, wobei ich sie sonst meist tiefer getippt habe und sie jetzt eventuell überschätze beziehungsweise auch so ein bisschen mein Wunschdenken mit eingeflossen ist. Aber mal schauen, was am Ende daraus wird. Ja, im Endeffekt wäre es möglich gewesen, Platz 6, man war lange da, man hätte Siebter werden können, auch noch am letzten Spieltag, hat es aber vor allem in der zweiten Saisonhälfte komplett verspielt. Eine der schlechtesten Rückrunden-Mannschaften, ich glaube nur einen Punkteschnitt von 1 in der Rückrunde und der Streichabschied hat sich halt schon so ein bisschen angebahnt und dann auch in den sportlichen Leistungen bemerkbar gemacht. Und ehrlich gesagt, im Video habe ich es gerade angesprochen mit der gleichen Top 6, da fehlt ja noch Union und ich glaube, die kommen weder auf Platz 4 noch auf Platz 5 jetzt. Auf Platz 5? Boah, das ist jetzt schon echt hart, aber da habe ich tatsächlich RB Leipzig. Zunächst einmal, ich sehe die Top 5, beziehungsweise die vier Plätze hinter Platz 1 so verdammt eng und Leipzig auf 5 hört sich jetzt erstmal hart an, vor allem nach dem Supercup-Erfolg, aber sie werden trotz dessen, wie sie die Abgänge von Guardiol, Soposchlei, Leimer und den Kunku ersetzt haben, zunächst einmal struggeln. Lukeba, Simmons, Seywald, Seschko, Openda, Baumgartner, Biciabu und Cavaglio sind allesamt überragende Verpflichtungen, vor allem für die Zukunft, aber im Hier und Jetzt können sie die verlorengegangene Qualität nicht im Ansatz ersetzen, auch wenn sie mit Rose den perfekten Trainer letzte Saison für sich gewonnen haben. Also finde ich eigentlich eine treffende Analyse und auch die Platzierung kommt ganz gut hin. Im Endeffekt waren sie Vierter, auch weil es für Dortmund am Ende um nichts mehr ging und ich habe sie auf 5 getippt, also ein Platzunterschied geht völlig klar. Auf Platz 4 sehe ich Bayer 04, Leverkusen. Nach der Aufholjagd letzte Saison unter Xabi Alonso, müssen sie trotz dessen, dass sie jetzt nur Europa League spielen, auch nur einen Stammspieler abgeben mit Moussa Diaby. Ansonsten hast du den Kader für den taktisch wohl besten Trainer der Liga perfekt zusammen... Oha, taktisch der beste Trainer der Liga, Xabi Alonso. Wahrscheinlich aber nicht nur taktisch, sondern Overall jetzt im Nachhinein betrachtet, aber trotzdem eine gute Aussage. ...gestellt mit Neuzugängen wie Xhaka, Hofmann, Boniface und vor allem Grimaldo. Die einzige... Ja, vor allem Grimaldo, bester Spieler der Saison, ich sage es immer wieder. Die Schwachstelle ist Torhüter Radetzki. Mal schauen, inwiefern da der neue Torwart Kovar spielen wird, beziehungsweise ob er jetzt schon besser ist. Aber ich glaube, da wird erstmal Radetzki die Nummer 1 bleiben. Ja, eigentlich gut angesprochen, weil Radetzki hat meiner Ansicht nach dadurch, dass er in Europa League und Pokal nicht spielen musste, in der Liga deutlich besser performt. Und somit hat man durch diese Verpflichtung von Kovar dann gewissermaßen dafür gesorgt, dass Radetzki nicht mehr so eine starke Schwachstelle war, beziehungsweise sogar ein sicherer Rückhalt. Aber in der Zukunft sollte man da schon schauen, dass man sich da upgradet. Ob es jetzt Kovar ist oder ein anderer, aber da ist man auf jeden Fall nicht ganz so gut aufgestellt im Vergleich zum Rest der Mannschaft. Ja, Leverkusen auf 4 im Endeffekt, kann man natürlich sagen, 3 Plätze Unterschied. Aber nur ganz wenige haben vor der Saison sie als Meister gesehen, deshalb finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Auch wenn man sie natürlich auch auf 2 oder 3 hätte tippen können. Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen geschwankt vor einem Jahr, aber ist jetzt nicht komplett katastrophal. Auf Rang 3 kommt bei mir dann tatsächlich Union Berlin. Ja, perfekt. Das ist natürlich der dümmste Call überhaupt, beziehungsweise, ja doch, ist der dümmste Call bei Stuttgart war ein 10-Plätze-Unterschied, bei Union sind es jetzt 12. Aber mal schauen, was ich sage. Wer ernsthaft überlegt, sie auf Platz 2 oder sogar 1 zu tippen, auf... Ja, kranke Überlegung, Digga. Erstmal Union als Meister tippen und dann steigen sie fast ab, das wäre es natürlich auch gewesen. ...grund der stetigen Entwicklung seit ihrem Aufstieg von Platz 11 zu 7 zu 5 zu 4. Dennoch wäre man, glaube ich, auch mit einem Platz 3 erneut sehr zufrieden in Köpenick. Ja. Klar, sie spielen jetzt Champions League, aber die Dreifachbelastung kennen sie aus den zwei Vorjahren und der Kader ist nun tatsächlich sogar auf einem sehr hohen Niveau und sie kommen nicht mehr nur über ihr kompaktes Defensivsystem, sondern haben auch die individuelle Qualität in ihrem Kader. Wie immer gab es einige... Ja, und genau die konnten sie überhaupt nicht einbringen und das Kadergefüge auch vom menschlichen ging halt komplett auseinander. ...Abgänge, aber auch Neuzugänge, bei denen man vor allem Gosens und Aronsen hervorheben muss, die auch beim Bespielen tiefstehender Gegner eine große Hilfe sein können. Ja, im Endeffekt hat es sportlich überhaupt nicht funktionieren wollen nach dem eigentlich guten Start mit den ersten zwei Saisonspielen. Komplett gescheitert mit Fischer, Pjellica übernommen, dann eigentlich ganz gut stabilisiert, wieder das Matchglück zurückgewonnen, aber im Endeffekt wieder eingebrochen, letztendlich am letzten Spieltag gerade noch so gerettet. Und ja, ist natürlich ein katastrophaler Tipp. Ich bereue es auch so ein bisschen, dass ich das nicht kommen sehen habe, dass die irgendwann einbrechen und vor allem auch mit den Transfers, die eigentlich ganz gut aussahen. Aber gut, ich habe es nicht kommen sehen, ist wieder mal ein komplett schlechter Tipp. Und gut, jetzt fehlen noch Bayern und Dortmund. Und ich denke mal, das sollte klar sein, wie man das vor der Saison getippt hat. Auf Platz 2 kommt bei mir der ewige Vizemeister Borussia Dortmund. Ja gut, ewiger Vizemeister wurden jetzt dieses Jahr Fünfter, aber immerhin Champions-League-Finale. Rein nominell hat man nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison mit Bellingham und Guerreiro natürlich massig an individueller Qualität verloren. Dazu geholt hat man im Gegenzug ein Matcher, Sabitzer und Benzebaini. Auch wenn diese Neuzugänge sehr kritisch betrachtet wurden, sind das meiner Ansicht nach allesamt gute Transfers und passen gut rein. Vor allem aber wird man von Aller profitieren, der wie ich finde der Hauptgrund für die starke Rückrunde letzte Saison war. Ja gut, Aller war halt größtenteils verletzt. Nicht mal unbedingt wegen seinen Scorern, aber vor allem dadurch, wie er Gegner bindet und so Räume für seine Mitspieler kreiert, sei es Brand zwischen den Ketten oder Mahlen und Adeyemi in der Tiefe. Somit können sie mit dem taktisch nicht perfekten, aber emotionalen Edin Terzic erneut um die Meisterschaft mitspielen. Mit dem taktisch nicht perfekten, aber emotionalen Edin Terzic finde ich eigentlich eine ganz coole Aussage. Am Ende wird man Fünfter. Wie gesagt, ja, Zwei war vielleicht ein bisschen zu hoch angesetzt, aber ganz ehrlich, vor der Saison hat man das halt so erwartet. Und auf der Eins natürlich Überraschung der FC Bayern München. Natürlich. Es sieht jetzt vielleicht nicht gut aus nach dem Supercup und dass sie mit Kay nur eine der drei Baustellen bisher gelöst haben. Diese dafür aber perfekt. Mit Leimer hat man so halb einen Sechser und im Tor weiß man noch nicht, was passiert, aber die Gerüchte hören sich nicht allzu gut an. Dennoch, egal was noch transfertechnisch passiert und wer am Ende der Saison Trainer ist, der Kader. Oha, wer am Ende der Saison Trainer ist. Ich bin da wohl fest von einer Tuchel Entlassung ausgegangen während der Saison, die es ja auch gab, aber er hat halt noch die Saison zu Ende trainieren dürfen. Muss und wird erneut Meister werden, auch wenn ich mir natürlich mal jemand anderen wünschen würde, aber so ist halt einfach die Realität. Hoffentlich liege ich mit dem Tipp daneben, aber da habe ich überhaupt keine Hoffnung. Dennoch war es das soweit von meiner Meinung nach. Ich lag daneben. Es gab einen anderen Meister, mit Leverkusen vielleicht nicht die optimalste Wahl aus traditioneller Sicht, aber sportlich war das absolut verdient und wirklich schön anzusehen. Ja gut, das war's. Bei Bayern waren es jetzt am Ende sogar zwei Plätze Unterschied, weil sie noch die Vizemeisterschaft verkackt haben, dank Stuttgart. Aber gut, vor der Saison war damit natürlich nicht wirklich zu rechnen. Ach du Scheiße, wenn ich jetzt die Tabellenplatzdifferenzen in Summe betrachte, komme ich am Ende bei 84 raus. Das ist extrem hoch. Ich werde es gleich noch vergleichen mit dem, was ich in dem Vorjahr hatte, auch in den anderen Ligen, aber das ist schon extrem schlecht. Wenn wir jetzt nochmal einzeln auf die Teams schaue, hatte ich mit Darmstadt tatsächlich nur einen Volltreffer, mit Bochum und Leipzig tatsächlich nur zwei Teams, bei denen ich einen Platzunterschied hatte. Bayern zwei, auch nur ein Team und ansonsten war es wirklich fast überall eine Katastrophe. Oft sechs Plätze Unterschied, Bremen dann sieben Plätze und die absoluten Ausreißer natürlich die Überraschungen, die aber auch schwer vorherzusehen waren. Mit Stuttgart in die positive Richtung um zehn und Union in die negative Richtung um zwölf Plätze. So, hier meine Liste mit den Summen der vorherigen Prognosen und das ist wirklich eine Katastrophe mit den 84. Letztes Jahr hatte ich in der Bundesliga 37, in der zweiten Liga 82, wo ich unter anderem Bielefeld als Meister getippt habe, die dann abgestiegen sind und selbst in den anderen Top-Ligen hatte ich weniger Punkte wie jetzt in der Bundesliga, obwohl das alles Ligen mit 20 Teams sind und nochmal zur Erinnerung, hier ist es besser, umso weniger Punkte man hat. Also das ist eine absolute Katastrophe, wirklich blamabel von mir. Aber gut, die nächste Prognose, was die Bundesliga angeht, kann nur besser werden, viel schlechter geht es nicht. Also lasst mir trotzdem mal gerne ein Like und Abo da, falls es euch zumindest unterhalten hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so für Prognosen vor der Saison hattet und inwiefern sie aufgegangen sind, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! Ciao!